Schiff, Ahoi! Herzlich willkommen an Bord zur Modekreuzfahrt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Schiff, Ahoi! Oder besser gesagt, Mode, Ahoi! Dann, wenn Sie jetzt das Modejournal von Ihrem Coop-Warenhaus durchblättern, dann können Sie sich über die aktuelle Frühlingsmode 84 informieren. Und erst noch am spannenden Kreuzfahrtenwettbewerb mitmachen. Lassen Sie diese Bordkarte aus dem Coop-Modejournal in Ihrem Coop-Warenhaus abstempeln und dann gewinnen Sie mit einem kleinen Glück eine tolle Kreuzfahrt auf einem Luxusdampfer im Mittelmeer. Aber auch Kinder können wieder mitmachen. Holen Sie euch in Ihrem Coop-Warenhaus ein Schiffsmodell. Und dann basteln Sie mit viel Fantasie einen tollen Ozeandampfer, wie wir hier ein paar für Sie aufgestellt haben. Die schönsten Modelle werden belohnt mit einer tollen Schiffsreise auf dem Vierwaldstättersee. Ahoi! Und jetzt laden Sie herzlich ein zur grossen Fahrt in Modefrühlig 84. Let's go. Musik Musik Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie wollen frische Mode in Luft schnuppern, dann gehen Sie in Ihres Goet-Barenhaus. Und zwar im St. Annahof in Zürich, Burg Biel, Kiburg Thun, Rifflihof in Bern, in allen Goet-City-Warenhäusern und ab dem 22. März im VE in Basel. Mode, Ahoi! Ja, wenn Sie von dieser Seile auf den rechten Hunger entwickelt haben, so muss Sie unser heutiges Rezept sicher interessieren. Wir haben ein Kilo Schweinskotelette am Stück mit Salz und Pfeffer gewürzt und im sehr heissen Ofen gut anbraten. Wir haben das hier schon vorbereitet. Wir geben jetzt zum Fleisch eine grosse Zeebel, eine Riebe und löschen mit Öpfelwein ab. Das Ganze noch 20 Minuten weiter schmoren. Während dieser Zeit werden die Öpfel geschält, halbiert und das Kerngehäuse rausgenommen. Wir ziehen sie 20 Minuten bevor das Fleisch gegart ist, auch noch in den Ofen. Aus dem Brotenfond haben wir mit Ketchup und Rahm eine schöne Sösse vorbereitet. Der Gotelet-Brot wird jetzt tranchiert und mit den Öpfelhälften, die wir mit Breiselbeeren gefüllt haben, garniert. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung und ich wünsche einen guten. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es Schweizer Qualitätsvelo zu besonders günstigen Preisen. Zum Beispiel das Herrenvelo statt 399 nur 349 Franken. Das Bubenrennvelo statt 349 nur 309 Franken. Und das Damenvelo statt 349 nur 319 Franken. Das Meitli-Velo statt 319 nur 299 Franken. Ein Bund Osterglocken an 20 Stück. 220. Papiernastüchli Tempo 10x10 Stück nur 1,40. Bis am nächsten Dienstag sind bei Coop alle Reissorten im 1 Kilo oder 900 Gramm Pack jetzt 40 Krabben günstiger. Drei Servila statt 240 nur 1,95. 1 Liter Coop Orange oder Coop Crêpe statt 95 nur 75 Krabben. Und das Depot. Und nur morgen über morgen und am Samstag. Jaffa Chamuti Blondorange in der Tragtasche. Das Kilo nur 31. Coop sorgt immer wieder für attraktive Einkaufsmöglichkeiten. Morgen Morgen zum Beispiel wird in Gstaat ein neues Coop-Center eröffnet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.